hallo und herzlich willkommen zurück zu city skylines ja wir sind wieder zurück ich beschleunige das hier alles mal läuft ja ganz gut mit den einnahmen ein bisschen hallo ich habe die steuerung veressen da ist ein haus nicht bewohnt was ist da los wartet nicht mit klicken festhalten und rumziehen ok hier das aus da dann schmeißen wartet mal raus sind hier los mit der maus ganz empfindlich heute gut hier hinten ist jemand krank krankenhaus beziehungsweise ärzte ist alles hier in der nähe da ist auch immer krank was hier los wie sieht es mit flüssigkeit aus hier kein dreck wasser und wieso in unseren umlauf gepumpt kann ja eigentlich nicht mehr ist ja hier hinten sind ja die abwasser abwässer abwasser ja 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 hinten ist auch dreckig wegen industrie ein parkgebiet einrichten es wird jetzt parkgebiet ist jetzt wegen dem dlc wird wohns holten mal gucken das können wir eigentlich machen hier so bis ans wasser hier das alles so bis zur autobahn wunderschön können wir richtig schön ran so gegenstände hinzufügen parkhauptor ok der hat es wohl tatsächlich installiert so wo schmeißen wir das hauptor hin wir könnten eigentlich warte mal ja ja park live hier guck mal da ist es ok cool wir könnten aber vorher bevor wir das hier alles machen könnten wir hier haben wir die straße ein stück verlängern dann könnten wir hier so rein hier so zack dann könnten wir wo war das hier ne haupt tor das könnten wir hier so ansetzen am besten hier ganz hinten irgendwie herzlichen glückwunsch ok parknebentor platz im park ok parkcafé was wir jetzt hier alles noch freischalten das ist das cool jaja wasser wasser ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ähm hallo wieso geht das jetzt so langsam verlängern wir mal hier alles so gut ähm ich glaub wir müssen ein paar wasser pumpen wieder wir haben wir haben hier hinten noch hier das hier sind mal weg jetzt hier ja kurz das hier sind normale pumpen ne ja wasserpumpenstation da schalten wir mal die beiden an dann sollte die verfügbarkeit steigen ja perfekt neues gebäude ja sehr gut depot fürs heißen busse ok cool cool aber heißluftballon touren ok auch cool könnten wir vielleicht hier machen so warte machen wir hier so ähm mhm z machen wir dann äh da fummeln wir uns später ein ähm ich hab heute hier dann lass mal gucken neues gebäude ja ist ja gut ruhig durch was ist das hier parkpflegegebäude das finde ich auch sehr gut und auch sehr wichtig aber wir brauchen überall straßen und so ne lass mal gucken wir können auch ja geh mal weg jetzt hier um aufzunerven wir können auch bestimmt wege machen ne hier guck mal Zooweg mit dekoration normaler Zooweg was haben wir hier mhm naturschutzgebiet ok machen wir mal hier schön Zooweg machen wir hier so schön lang wir machen mal so ein bisschen wild hin und her ne ist ja ja lad vielleicht auch so ein Stück auf dem Wasser guck mal das wäre ein richtig schöner Grundgang schon mal ne könnte man hier vielleicht so ein bisschen was verbinden so oder obwohl warte mal den da ziehen wir mal nochmal weg den da dann mach ich lieber den so guck mal dann haben wir hier schon mal einen schönen Zooweg was haben wir hier Zoo Haupttor kleiner Zoo Haupttor ok 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 ähm mhm mhm was haben wir hier hinten nochmal Pflegegebäude können wir das jetzt hier weil wir hier diese Wecken haben ne ok das braucht wirklich ne richtige Straße sehr doof also ist okay aber wir haben keinen strom warum nicht strommangelware oder ist okay dann ziehen wir mal hier leitung rüber war da war eine strom leitung so ja ja ist okay ist okay nur wenn wir es nicht vergessen da ist es halt immer so eine sache so so ein hauptor haben wir eigentlich schon hier wird dann nachher noch was freigeschaltet können wir denn freizeitpark hauptoren nice sind mehrere parks in demnach andere parks ach guck mal basketballplatz okay das ist der geburtstagsplatz ach guck mal so wird es ja eigentlich ganz praktisch aber wir können das okay ganz ehrlich das ist doof dass man das hier nicht dass man das hier nicht an 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 so ein weg hier dran wappen kann sondern dass der wirklich eine richtige straße braucht das ist echt doof meine gut okay können wir ja machen wir mal hier die musik hier machen würde machen wir noch mal den strom ding neu obwohl jetzt verbunden okay jetzt brauchen wir nicht mehr kann man hier auch hier parkplätze ganz viel parkplätze auf jeden fall vielleicht sogar noch hier schönes parkhaus irgendwie so können wir eigentlich hier oder hier auf der ecke immer mal hier wird ihn aber zu weit weg sein denn da machen wir trotzdem hier mal hier noch ein paar kleine wahrscheinlich ein bisschen übertrieben aber ja was man hat hat man so hat das kann man jetzt muss ich mal gucken was ist das hier eigentlich für ein eingang park haupttor ich glaube den können wir wieder wegnehmen dafür machen weil hier ist ein freizeitpark oder sollten ja ich weiß ja auch zu mit klein dazu oder freizeitpark freizeitpark eigentlich auch cool hier können wir auch so ein klein machen so guck mal mäßlichen glühstrumpf ja dankeschön jetzt müssen wir hier das wieder verbinden vielleicht gewitter was hier los okay hier hier geht es jetzt mit freizeitpark mit zum platz so machen wir sowas haben wir hier freizeitpark kaffee ja kaffee ist immer gut so schön kaffee hin was haben wir hier souvenir laden ja perfekt das brauchen wir auch die brauchen natürlich auch wasser ja sicher 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 kommt ziehen wir hier mal kurz durch den ganzen park schon kinder lachen das ist schön so jetzt brauche ich hier noch was warte 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 ja ist ja gut jetzt lass los so damit hier auch alles abgesegnet gesichert ist dann können wir hier drüben mit anschließen und hier auch noch als wir da bauen sollten also hier so gut strom ist auch okay soweit solarkraftwerk können wir vielleicht auch noch eins machen könnten wir hier noch hinschmeißen schöner ran so so ein solarkraftwerk kann ja eigentlich nicht viel krach machen gut ja 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 hier guck mal die ersten besucher war vielleicht doch nicht so übertrieben mit den bussen mit dem bussen sei schon mit den parkplätzen ähm was können wir denn hier noch schön mit machen souvenir shop haben wir was haben wir hier toiletten ja 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 natürlich toiletten brauchen wir auch die machen wir mal ein bisschen weiter hinten machen auch vielleicht hier nochmal eine toilette hin weil sowas brauchen wir immer vielleicht doch hier so eine kante nochmal so was haben wir hier mhm könnte man hier hin machen ich bastel einfach mal so ein bisschen rum ne machen wir hier noch machen wir hier noch der zweite hin haben wir noch mehr davon nee Karussell Karussell ist auch sehr beliebt sehr schön machen wir da hin ich klatsche einfach mal los ne mhm mhm was haben wir dann hier noch alles kleines naturschutzgebiet so das muss wieder richtig an die straße ne sie haben bereits ein haupt achso hier können wir auch so ein bisschen parkbänke machen und so sind wir schon da hier ne ok mit einmal haben wir auch schon perfekt hier ja nicht mehr machen pavillon hier guck mal hier hinten können wir so ein kleines pavillon hinschmeißen so hinten haben wir noch strom warte 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 mhm 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 hmm na ja mhm 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 pah 그대로 wir dann hier eigentlich noch alles in basteln hat vielleicht auch ein bisschen strom braucht damit damit war nicht hier großartig verziehen müssen basketballplatz aber die können wir nicht hier ansetzen da brauchen wir straßen für haben wir hier picknick platz mit tischen können wir auch nicht anschmeißen schade so wird ja auch nicht nach nie dann müssen wir mehrere stationen machen da also einst dann für den zu einst dann für 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 freizeitpark und so hat man hier naturschutzgebiet genau Parkpflegegebäude ja das alles da müssen wir jetzt doch hier so eine leitung ziehen nach mann hier sind freizeitpark kleiner freizeitpark hat das natur die freizeitpark neben tor gibt es auch noch den haben wir ja ich habe ja soweit alles schon mal dann lass mal gucken da machen wir das anders dann verschieben dann verschieben weil die hier einfach noch mal aber die alle hier ein bisschen mehr zusammen bevor wir jetzt wieder abreißen müssen und so das können wir hier ausmachen denn solange die toiletten solange hinten schluss ist also die kann anbleiben so dann können wir wieder loslegen ja aber hier haben wir dann schon so einen kleinen freizeitpark ein kleines karussell das aber kleiner neben einkommen so muss man ein bisschen was essen einen kleinen moment meine kem ist gar nicht da aber stört doch glaube ich gar nicht ein grünes männchen so schnell bis in der kopf sagt sie gut ich möchte am liebsten noch viel mehr bauen da müssten wir wirklich mal machen wir einfach mal die straße schön dann brauchen wir hier ja so mal raus brauchen wir auf jeden fall noch wasser so und dann kleiner zu ist nicht hallo ist hier nicht kümmer können wir nicht aber biet hat bereits ein hauptor ja das ist ja schön aber wenn ich jetzt hier dann muss ich hier ganz woanders hin damit ich ja das heißt wenn ich jetzt hier zum beispiel hier wird es gehen alles klar muss man also wirklich sehr weit voneinander entfernt machen okay gut wie dem auch sei nicht so schlimm die Vielen Dank.